Häng nicht so doof in der Landschaft rum. So, ähm... Nichts! Wir haben absolut nichts! Ist das nicht schön? Dadi 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 du 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 du. Da da. Okay. Ah, Muni, Muni, Muni regiert die Welt. Ich rüste gern Idioten. Ich weiß, ich hätte sie jetzt vorfotografieren können. Oder aufhören mit der Antipersonen-Munition auf die Kamera zu ballern. Bla, 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 ich weiß. Du bist voll der Noob, du spielst das zum ersten Mal. Weh, 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 ich kenne das Gedönse. Da kann ich wirklich nur sagen, falls das einer loslassen sollte. Nur für dich. Bäh. Nein, das war jetzt nicht der Versuch, die Mund-MG von Shadow nachzumachen. Das war einfach nur ein ... Damit wir das Thema auch gleich erledigt haben. Und wer trotzdem irgendwas in der Richtung schreiben sollte, bei dem weiß ich, dass er nur die Hälfte anguckt. Und da wird Eiserantikloriert. Ach Gott, bin ich gut. So. Hm, Alk. Alk ist gut. Rapture verändert sich, doch Ryan sieht die Wölfe im Wald nicht. Dieser Typ, Fontaine, der ist ein Gauner, ein richtiger Dieb, aber er hat das Adam und deshalb hat er hier das Sagen. Er steckt die Profite wieder in die Entwicklung noch besserer, noch stärkerer Plasmide. Außerdem baute er die Fontainschen Armenhäuser, die in Wirklichkeit Rekrutierungsbüros sind. Er wird im Handumdrehen eine Armee von Splicern haben und dann wird es uns ganz übel ergehen. Ich sag's euch. Ja, das war der Beginn der Silvesterrevolution. Guck, guck. Lass dich fotografieren. Lass dich hacken. Ach, das Ding werde ich auch so gehackt bringen. Äh... Gibt nochmal einen Dreiviertelflansch mit 5 Zoll Umdrehung. Und dann glättere ich im Wörterbuch nach, weil ich hab keine Ahnung, was ich hier gerade von mir gebe. Ähm... Ja, ich bin Klempner. Ich kann das. Und auch hier ist Super Mario wieder ganz super. Meine Güte, hab ich hier wieder... Hör mit dir zu! Ah, wollte ich schon sagen. Du bist nicht vordergen, hä? So. Hätten wir euch auch voll... Ähm... Ja... Ja. Hat mir auch schon gute Dienste erwiesen. So. Mein oller Panzer kümmert sich darum. Dich kauf ich an. Du glaubst, du kommst damit durch? Denk ich schon. Warum? Beide auseinander! Auseinander! Es ist noch nicht vorbei! Äh... Ich will nicht wissen, was du dann machst, wenn ich das tue, was du von mir verlangst. Da, die, da, die, da. Spielen wir mal ein bisschen über Bande. Ich weiß, was... Ah! So. Du glaubst, du kommst damit durch? Ach, du lebst noch? Wollte ich doch gerade sagen. Da, 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 da. Ja, wie du. Hm. Hm. Ich hab einen Artgenossen gefunden. Guckt nur, wie er reagiert. Ganz freudig. Lächeln. Meine Güte, manchmal komm ich mir vor wie Arja, wenn ich hier auf dem Fotografie-Trip bin. Hm, 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 hm. Hm, hm, hm. Hm, hm. Ja, ja, Paparazzi-Lebenschein. Äh, äh. Äh, äh, nicht lange. Hältst du still? Bringst du dem alten Peach jetzt endlich seine Fotos, oder bist du nur als Tourist hier? Ach, halt die Schnauze. Ach, da bist du. Oh, ich würde, dass der alte Sack immer nerven muss. Hm, ich hab eigentlich noch nie ausprobiert, ob ich die Dinger da runterhauen kann. Nö, kann ich nicht. Schade. Dianne, Liebster, es tut mir leid, aber ich werde mich heute wieder verspäten. Rosenberg will mit mir über Fontaine sprechen. Ich versuche hier einen ordentlichen Finanzmarkt aufzubauen und alles, woran dieser Idiot denken kann, ist Adam here und genetische Veränderung dort. Ich werde eine Stunde lang so tun, als ob ich dem armen Kerl zuhöre und mach mich dann so schnell wie möglich auf den Heimweg. André. Niedlich. Ich kriege sie alle. Ich könnte mir selbst auf die Schulter klopfen, aber mal im Ernst. Das sind keine blutrünstigen Kriminellen. In Rapture wimmelt es von Dichtern, Künstlern und Tennisspielern, aber nicht von bezahlten Killern. Aber ihr Anführer, dieser Fontaine, der kennt sich mit Gaunereien ganz genau aus. Er selbst macht sich die Hände nicht schmutzig. Er lässt aber durchblicken, dass mit ihm nicht zu spaßen ist. Was musst du auch im Wasser spielen? Tja, nichts. Unglaublich. Hm. Was ich lustig finde, unsere Währung ist Dollar. Und hier steht Credits. Naja, aber die fünf Kröten haben sich ausgezahlt. Ach, Kontaktmine habe ich genug. Na dann. Na. Ach, bleib halt drin liegen. Habe ich wenigstens einen Vorrat, an den ich nicht krone komme. Hm. Bier. Bier. Hm. Moment. Ganz, ganz wichtig. Dummbi, 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 Dum. Dummbi, Dummbi, Dum. Foto. So. Dann komm mal. Hallo. Habe ich zwar schon fotografiert, aber bringt noch ein... Oh, nicht mal einen Action-Bonus. Eine? Viele. So, ja, jetzt das war es, was ich wollte. Einen Action-Bonus. So. Lebt ihr noch? Hallo? Nö, gut. Okay, den hat es zerrissen, Verlochen. Schön. Ähm... Ah. Ich wollte schon sagen, ich vermisse da was. So, Munition, nö, nein. Okay. Da, die, da, die, da. Du, die, du, die, du. Schöner Autohack. Schöner Ausbeuter. Viel Zeitung. Aussicht. Ich liebe diese Aussicht. Mh, 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 mh. Göttlich. Zu Besuch beim Abschaum der Menschheit. Okay. So, den soll ich ja knipsen. Na, komme gleich. So. So, ähm. Mein Zimmer 7. Jetzt muss ich dann aber mal gucken. Ähm... Dö, dö, dö. Tonbänder. Tonband. Ähm... Mäm, 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 mäm. Äh... Wo war denn das? Timmy geholt, muss weg, Timmy, Timmy.